brennende wagen brennende wagen was nehmen wir denn heute auf Olli? madman nehmen wir heute auf recording, recording, recording guten tag das wird doch mal gefilmt, schwein von allen seiten oh nein ich habe vergessen mich zu rasieren darf ich mal dir dahin greifen ok, können wir jetzt anfangen wuff heute wird kalte Wuschi getrunken heißt wirklich so, ich denke mir das nicht aus das ist ja versuch Nummer 25 wie schmeckt denn deine Muschi? mein Muschi schmeckt irgendwie nach sehr alten blöden Rotwein mit noch ekliger abgestandener Cola ohne Kohlsäure das ist mittlerweile Sonntag und Olli singt immer noch so so sind alle drauf ja, darf ich so in die USA einleisen du hast dir richtig terroristische Anschläge vor nein ich habe nichts gemacht Matze, wie kannst du denn jetzt von deinem ersten Tag anstrengend anstrengend dazu zu hören und sitzen richtig ihr sehen so Senor Pivou